Übermorgen ist es endlich soweit und Millenia wird released. Endlich ein neuer Kandidat, um Civilization Konkurrenz zu machen. Nach Humankind das erste Spiel, was wir endlich wieder haben, um ein bisschen, naja, Druck auf Civilization und Firaxis auszuüben. In diesem Video möchte ich auf fünf Dinge eingehen, die das Spiel besonders machen und auf die wir uns besonders freuen können und die das Spiel hoffentlich zu einer absoluten Rakete machen mit unglaublichem Videospielwert. Solltet ihr Schwierigkeiten haben, euch in solche Spiele hineinzufinden oder generell einfach mal einen Anschluss brauchen, ob ihr das Spiel überhaupt kaufen wollt, ob es interessant ist, dann schaut euch gerne mein gutes Start-Video an, wo ich schon mal vor Release alle Informationen verarbeite, die so auf der Strategie-Karte wichtig sind. Nach dem Release wird auch direkt ein Kampf-Tutorial rauskommen, was euch auch nochmal fit für den Kampf in Millenia machen soll. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Interagiert gerne damit, gebt mir Kommentare, Like, Abo. Alles hilft mir, um das Wrenze weiterzuführen. Im Gegensatz zu Civilization, wo die Zeitalter einer klaren Linie folgen und sich nach der ganz groben, tatsächlichen Geschichte richten, gibt es in Millenia immer abzweigende Zeitalter. Diese abzweigenden Zeitalter bringen dann neue Mechaniken und schließen sich je Zeitalter aus. Wähle ich oder einer meiner Gegner, also das Zeitalter der Helden, dann kann ich nicht mehr das Zeitalter des Blutes freischalten, das andere Mechaniken sowie Vor- und Nachteile bietet. Damit erlangt das Spiel selbstverständlich einen enormen Widerspielwert. Ein Spieler wird sich immer fragen, was wäre wohl anders gewesen, wenn jetzt das andere Zeitalter gekommen wäre. Außerdem muss man wegen der vorher erwähnten Mechanik auch darauf hinarbeiten, ein Zeitalter freizuschalten. Denn jedes besondere Zeitalter hat verschiedene Vorbedingungen, die erfüllt werden müssen. Und wer auch immer zuerst ein Zeitalter freischaltet, bestimmt eben den Verlauf der Geschichte. Ganz nach dem Motto, die Sieger schreiben die Geschichte. Es kann also passieren, dass einem die verdammte KI das gewünschte Zeitalter auch beim zweiten Durchlauf verwehrt. Hat man dann gerechte Rache geübt und die verantwortliche KI vernichtet, kann man es erneut versuchen. Und das zieht sich eben durch das ganze Spiel und kann dazu führen, dass ich mit magischen Materialien angetriebene Steampunk-Maschinen kontrolliere, statt die normale Linien-Infanterie. Es ist aber auch so subtil kompetitiv, dass es nicht so überwältigend wie bei zum Beispiel Humankind abläuft, wo die besten Kulturen immer an den schnellsten Spieler gingen, der seine, sagen wir mal, drei typischen Aufgaben stur abgehandelt hat. Denn jeder Spieler genießt eben die Vor- und aber auch Nachteile der Zeitalter. Es ergibt meiner Meinung nach auch eine bessere Atmosphäre, da ich mich mit den Zeitaltern und deren Spezialbedingungen identifizieren kann und nach einigen Durchläufen sicherlich weiß, was mich zum Beispiel im Zeitalter der Helden erwartet und wie es die Stimmung und die Dynamik des Spiels ändert und ich so mehr in diese Welt eintauchen kann. Das ganze System wird dann noch durch die Regierungssysteme und die Nationalgeister ergänzt und nochmal viel, viel besser. Denn die Regierungen bieten jeweils andere einzigartige Talentbäume, nenne ich sie mal, die dein Spiel in bestimmte Richtungen leiten. So könnt ihr Regierungen auswählen, die eure Vasallen nützlicher machen oder Regierungen, die eure Diplomaten verbessern. Natürlich kann man diesen Gedanken weiterführen für Kriegsführung und so weiter und so fort. Das ist doch noch recht ähnlich zu Civilization zum Beispiel 5. Ihr müsst also wieder abwägen, welche Regierung ihr nehmt und welche Fähigkeiten dieser Regierung ihr freischalten wollt für eure begrenzten Regierungspunkte. Was das Spiel sehr variabel macht und die Zeitalter Exzellenz ergänzt. Vergessen dürft ihr dabei nicht, dass ihr die Regierung wirklich auswechselt, das heißt, wenn ihr eine Regierung gewählt habt, da die Fähigkeiten benutzt habt und dann eine neue wählt, dann werden diese Fähigkeiten weggehen und ihr bekommt ein neues Set an Fähigkeiten, die ihr wiederum freischalten könnt über eure Regierungspunkte. Ihr habt keinen Zugriff mehr zur alten Regierung. Ihr habt euch ja wirklich durch eine Revolution, friedlich oder gewalttätig, zu einer neuen Regierungsform entschlossen und damit auch eine große Veränderung angestrebt. Noch spannender wird das Ganze aber vor allen Dingen durch die Nationalgeister, die ihr wählen könnt. Statt starre Kulturen zu wählen, könnt ihr durch eine Partie vier Nationalgeister aussuchen, wobei die Auswahl jedes Mal riesig ist, um möglichst frei übertriebene Strategien zu planen, die immer mehr eskalieren oder um euch jeder Situation neu anpassen zu können. Auch die Rollenspieler unter euch können sich hier nach Lust und Laune austoben, denn jeder Nationalgeist bringt verschiedene Vorteile und neue Fähigkeiten und ist spezialisiert auf eine Domäne. Ähnlich der Regierungen müsst ihr dann wieder abwägen, welche Fähigkeiten ihr mit den limitierten Domänenpunkten freischaltet. Und das Beste, die Nationalgeister bleiben bis zum Ende bestehen und ihr könnt die Fähigkeiten auch später freischalten. Damit bietet Millennia eine gigantische Variabilität, die immer wieder die Frage aufwirft, wie will ich jetzt vorgehen? Will ich ein Forscher, will ich ein Krieger, ein Baumeister oder ein Diplomat sein? Doch damit nicht mal genug. Eines der mechanisch wohl am interessantesten ist das neue System der Ressourcen. In Civilization und Co. sind das abbaubare Dinge, die mir beim Abbau mehr Nahrung, Produktion, Forschung und so weiter bringen. Aber bei Millennia sind die Ressourcen tatsächlich das. Meist zu verarbeitenden Dinge, die erst so richtig ihren Wert entfalten, wenn ich sie über verschiedene Wege weiterverarbeite. So kann ich Holz natürlich für einen kurze Zeitgewinn der Produktion abbauen. Das ist ja gut und richtig so, aber langfristig kann ich mich entscheiden, wie ich den Rohstoff Holz wieder edeln will. Will ich einfach nur mehr Produktion? Dann baue ich ein Sägewerk, um hochwertiges Bauholz zu produzieren. Sollen meine Bürger belesener werden? Dann baue ich vielleicht eine Papiermühle und fertige Papier aus meinem Holz. Dadurch erhalte ich mehr Forschung. Binde ich das Papier in Bücher und verwende es in einer Bibliothek, kann ich noch mehr Forschung erhalten und somit meinen Profit noch weiter steigern. Das zieht sich durch das ganze Spiel und kann mit jedem Rohstoff fortgesetzt werden. Ein weiteres Beispiel wäre Stein, der zu Blöcken und so weiter weiterverarbeitet werden kann. Das Ganze hat Züge von einem Aufbauspiel wie Anno 1800 und kitzelt die richtigen Stellen auch bei Spielern von Aufbausimulationen, da man ständig danach strebt, seine Wirtschaft zu maximieren und seine Städte immer strategischer zu positionieren, damit man dieses System immer mehr optimieren kann. Fehlende Rohstoffe könnt ihr im Laufe des Spiels auch zwischen euren Städten handeln oder von Mitspielern erhalten. Ihr könnt außerdem vor Städte spezialisieren, um noch mehr Profit aus diesem System zu schlagen. Millennia bietet damit ein unglaubliches Potenzial für eure Lieblingsstrategie oder die MinMaxer unter euch, die mathematische Formeln zu Computerspielen auch in ihren Träumen durchgehen. Gerade auf hoher Schwierigkeitsstufe wird man dieses System richtig verstehen und gut bis optimal anwenden müssen, um mit der KI mithalten zu können. Ich denke, auch im Multiplayer kann die Komplexität und die Fähigkeit, mit dieser Komplexität umzugehen, über Sieg und Niederlage entscheiden. Denn die Waren, die man vielleicht im zweiten oder dritten Zeitalter produziert, können im fünften Zeitalter vielleicht wieder eine Rolle spielen, um ein noch komplexeres Produkt zu produzieren und einen noch erheblichen Vorteil zu bekommen. Es ist also unabdingbar, dass ihr langfristig nach mehreren Partien versteht, welche Ressourcen für euch wichtig sind, welche vielleicht auch noch im fünften, sechsten, siebten Zeitalter sehr wichtig sind, um mal ein richtig krasses Endprodukt zu produzieren und maximalen Gewinn aus der ganzen Geschichte zu bekommen. Der vierte Punkt, nach dem wir uns freuen können, ist das Domänen-System in Millennia. Und das startet relativ zahm. In der Demo konnten wir die ersten Dinge sehen, Erkundung und Kriegsführung. Nichts total bewältigendes, aber dahinter verbirgt sich ein weiteres komplexes System, das dieses 4X-Spiel für uns bereitet. Das Spiel führt das System bewusst einfach ein, um die frühen Zeitalter wie der Steinzeitalter zu repräsentieren. Da gab es nicht viel gesellschaftlichen Wandel, kreative Ideen oder bahnbrechende Innovationen. Daher kann man sich erstmal mit dem System vertraut machen, indem man mal einen Siedler oder eine Kriegschar beschwört. Wie beschwören? Könnte man jetzt fragen. Ja, tatsächlich bieten diese Domänen Fähigkeiten, die essentiell für meinen Erfolg im Spiel sind. Jede Domäne und auch die Regierung bieten dabei einzigartige Kartensets, wie ich es gerne nenne, die uns verschiedene Dinge tun lassen. So kann ich eben bei der Erkundung zum Beispiel neue Speer rekrutieren, bei der Regierung Siedler bereitstellen oder eben mein Militär mit Einheiten verstärken. Diese Sets werden dann mit zunehmender Spieldauer ergänzt. So kann ich zum Beispiel bei der Kriegsführung meine Einheiten heilen oder zu einem Gewaltmarsch zwingen. Ich kann Plünderer beschwören oder Reiter horden. Jede Domäne hat dabei einen eigenen Schwerpunkt und manche bekommt man vielleicht erst spät im Spiel, je nachdem, wie man sich bei Nationalgeistern oder der Regierung entschieden hat oder vielleicht auch welche Gebäude man gerade so baut. Es gibt die Ingenieurskunst als weitere Domäne, die kreative Kunst und so weiter und so fort. Ihr gestaltet damit mit all den vorher schon erwähnten Punkten ein immer variableres Spiel, das ihr nach euren Wünschen gestalten könnt. Vielleicht findet ihr auch eine Fähigkeit, die euch einen extremen Vorteil bietet und wollt diese immer wieder so schnell wie möglich freischalten. Und baut eure Punkte Generationen dementsprechend auf, um einen Vorteil gegenüber euren Mitspielern zu haben. Die Generation der Domänenpunkte variiert ebenfalls je nach Domäne. Kriegerische Punkte erhalte ich natürlich durch Kampf und Verteidigung, also aggressiven Kampf und eben der Defensive. Ingenieurspunkte zum Beispiel durch Bauwerke wie einen Kran, die eben beim Aufbau von weiteren Bauwerken helfen können. Das Geniale bei diesem System ist eben dieses Brettspielartige Verhalten. Ich habe durch die Karten-Sets immer mehr Optionen und muss in jeder Situation für mich entscheiden, wie ich meine mühsam generierten Punkte sinnvoll spende. Denn wenn ich fünf Karten pro Domäne zur Verfügung habe, werde ich nicht jede Karte immer wieder ausspielen können. Und damit erreicht Millennia eine Ebene von strategischer Entscheidung, auf die man sich auf jeden Fall freuen kann und mit der ein Strategiespieler viel zu knobeln bekommt. Aber auch neue Einsteiger kommen mit diesem System gut klar. Denn wie gesagt, man wird ja leicht eingeführt und man kann erstmal nach Lust und Laune die Fähigkeit ausprobieren. Und vielleicht findet man die oben erwähnten Favoriten schnell selber raus oder sagt sich einfach, ich mache es gerade nach Gefühl, nach Situation. Das heißt, wir haben ein dynamisches, aber eben auch strategisches Knobelsystem, das sich sehr anfühlt wie ein Brettspiel mit so typischen Card-Building-Mechanismen. Es gibt sicherlich noch andere Punkte, die man erwähnen kann, aber ich habe mich bewusst dazu entschieden, darüber zu sprechen, dass wir hier ein neues Civ-Like-4X-Spiel bekommen. Aber warum kann man sich darüber freuen? Naja, meiner Meinung nach ist das recht einfach. Denn es ist sowas von wichtig, dass wir neue Konkurrenz für Firaxis und Civilization bekommen und egal ob uns die Grafik oder das Interface stört, sollten wir es als unsere Pflicht sehen, diese neuen Konkurrenten zu spielen und ihnen eine Chance und Plattform zu geben. Denn nur so erreichen wir das, was ich ja schon in meinem Meinungsvideo angesprochen habe, dass auch Firaxis neue und innovative Dinge in Civilization 7 einbauen muss, die neue und alte Spiele abholen und die so komplex sind, wie sie sich bei Millennia zeigen. Natürlich muss sich Millennia noch nach Release beweisen. Wir müssen sehen, wie weit es denn wirklich eine Konkurrenz oder vielleicht so etwas Besseres darstellt. Schon bei Humankind hatte ich die gleiche Hoffnung, aber ich glaube kaum, dass Firaxis dadurch großartig ins Zittern gekommen ist. Dennoch würde ich behaupten, wird auch dieser Release einen Einfluss auf die Entwicklung von Civilization 7 gehabt haben. Genauso eben wie die Paradox und Microsofts Angriff in diesem Jahr. Also bezogen auf Microsoft mit ARA, History Untold, das dieses Jahr noch kommen soll. Außerdem ein Spiel, das sich die alten Stärken und das starke Prinzip von Civilization nimmt und eigene kreative Ansätze mitbringen, die eine enorme Komplexität bieten, wie ich in den vorherigen Punkten dargestellt habe, ist immer ein Grund zu feiern. Selbst wenn ihr mein Argument mit der Konkurrenz nicht verstehen könnt, seht es so. Nach sieben Jahren oder drei Jahren, wenn man Jungenkeit mit einbezieht, bekommen wir endlich wieder ein Spiel wie Civilization und können unser Kitzeln damit beruhigen, dass wir endlich etwas Neues erleben, neue Strategien ausknobeln und feindliche Reiche ausradieren können. Das waren meine fünf Punkte, warum man sich auf Millennial freuen kann. Erzählt mir gerade mal, was ihr so meint, was ihr denkt, welche Punkte sind wichtig, worauf kann man sich freuen oder worauf freut ihr euch nicht unbedingt? Seht ihr da überhaupt eine großartige Chance? Werdet ihr euch so erholen? Und so weiter und so fort. Wenn ihr dazu noch weitere Informationen braucht, da kommen noch ein paar Videos raus. Wir werden das auch zusammen durchspielen. Und dann könnt ihr euch ja vielleicht nochmal ein eigenes Bild machen und vielleicht auch später mal zugreifen. Auf jeden Fall ist es wichtig, solche Spiele zu pushen, in meinen Augen, damit wir auf jeden Fall immer mehr Konkurrenz davon bekommen und Strategiespiele aufleben lassen. Schaut ansonsten mal einfach in diese Videos hinein und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Omni. Haut rein!